Sind unsere modernen Erziehungsmethoden wirklich besser als die unserer Eltern? Und wenn ja, was haben unsere Eltern überhaupt so grob falsch gemacht, was heutzutage unbedingt verändert werden sollte? Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt dran, denn in diesem Video schauen wir uns 5 Dinge an, die die Millennials heute anders machen als ihre Boomer-Eltern. Wusstet ihr schon, unsere Videos gibt's jetzt übrigens auch auf watchbetter.com. Und nicht nur das, dort werden unsere neuesten Videos auch immer schon eine Woche früher als hier auf YouTube ausgestrahlt. Schaut also unbedingt mal vorbei, wenn ihr nicht so lange auf das nächste Video warten wollt. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Früher war es völlig normal, Kinder mit Schlägen oder harten Strafen zu disziplinieren. Meine Oma hat sogar erzählt, dass sie in der Schule noch mit dem Lineal eins auf die Finger bekommen hat. Bei unseren Eltern und auch in meiner eigenen Kindheit fing da langsam ein Umdenken an. Denn durch die Forschung gab es zu dem Thema nun immer mehr Studien, die aufzeigten, dass eine Disziplinierung, die auf Angst basiert, nicht nachhaltig funktioniert und auch keine besseren Menschen aus unseren Kindern macht. Im Gegenteil. Eine Studie über zwei Schulen zeigte zum Beispiel, dass Schüler, die hart bestraft wurden, die besseren Lügner waren. Denn Strafen bewirkten eben nicht, dass sich das Verhalten der Schüler änderte, sondern lediglich, dass sie ihre Fehltritte besser vertuschen konnten. Ja, und über Schläge müssen wir eigentlich heutzutage nicht mehr viel diskutieren, aber falls euch das Thema trotzdem interessiert, dann verlinke ich euch hier dazu mal hinter dem i ein anderes Video von uns. Also bei unserem ersten Punkt ist es also durchaus sehr sinnvoll, dass die nachfolgende Generationen angefangen haben, traditionelle Erziehungsmethoden zu hinterfragen. Aber schauen wir mal weiter zu Punkt Nummer zwei. Kinder müssen funktionieren. Ein Kritikpunkt, den ich immer wieder über moderne Erziehungsmethoden höre, ist, dass die Kinder heutzutage alle so unerzogen seien. Sie schreien herum, sind bockig, provozieren, testen ihre Grenzen aus, beschweren sich, sind followed, hören nicht aufs Wort und nehmen sich generell einfach viel mehr Rechte raus. Früher saßen Kinder noch brav am Essenstisch und hatten ordentliche Tischmanieren. Früher musste der Vater nur einmal was sagen und die Kinder haben sofort gehorcht. Sind vielleicht auch Sätze, die ihr schon mal gesagt bekommen habt. Und ja, auf den ersten Blick sind Kinder heutzutage vielleicht unerzogener. Aber was genau meinen wir damit eigentlich? Eigentlich sagen wir damit nämlich nur aus, dass Kinder nicht mehr so gut funktionieren und sich mehr trauen, ihre Gefühle und Meinungen zu kommunizieren. Man sagt vielleicht, dass Kinder früher mehr Respekt hatten. Aber eigentlich ist Respekt in diesem Kontext eher ein schöner geredetes Wort für Angst. Kinder hatten zum Beispiel Angst vor Schlägen und haben sich deshalb schlichtweg nicht getraut, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen. Und deshalb hinterfrag ich mittlerweile schon, ob Kinder überhaupt funktionieren müssen. Sie sind schließlich Kinder und keine kleinen Soldaten, die mal brav die Befehle ihres Feldwebels erfüllen sollen. Ich glaube, dass wir da tatsächlich oft einfach viel zu viel von unseren Kindern erwarten. Klar, früher wurde das auch erwartet und die Kinder haben das anscheinend auch erfüllen können. Aber zu welchem Preis? Also ich habe lieber etwas vorlaute Kinder, die eine eigene Meinung haben und vielleicht nicht immer direkt aufs Wort hören, als Kinder, die alles in sich hineinfressen und unterdrücken, dadurch wütend werden oder aus Angst keine innige Beziehung mit mir aufbauen können und immer schön mit dem Strom schwimmen und sich stets brav vorsagen lassen, was sie tun und sogar denken sollen. Von daher finde ich diese Veränderung eigentlich auch echt positiv. Punkt Nummer 3. Beruflicher Erfolg. Früher gab es gefühlt nur einen Weg, um erfolgreich zu sein. Ein gutes Abi schreiben und danach studieren gehen. Zumindest ist das so das gängige Narrativ der Boomer-Eltern. Denn wer studiert hat, hat damals auch ziemlich sicher als Erwachsen Erfolg gehabt und sich ein gutes, entspanntes Leben leisten können. Dementsprechend hoch waren aber auch die Erwartungen an die Noten in der Schule und die Enttäuschung groß, wenn sich ihre Kinder dann vielleicht doch gegen den Weg eines Studiums entschieden haben. Und dieses Weltbild war sogar in meinem eigenen Kopf ziemlich lang verankert. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich total froh war, dass Elvis studieren wollte, als wir uns damals kennengelernt haben. Irgendwann mussten wir aber dann feststellen, dass das Studium eigentlich so gar nichts für Elvis war. Aber da man halt von allen Seiten hört, dass ein abgeschlossenes Studium der einzige Weg zum Erfolg ist, hat er erst nach sieben schweren und im Endeffekt verschwendeten Schuljahren den Mut gefasst, das Studium hinzuschmeißen und sich gemeinsam mit mir selbstständig zu machen. Und das war eine der besten Entscheidungen unseres bisherigen Lebens. Wir haben jetzt zwar beide unser Studium abgebrochen, aber auch festgestellt, dass es mittlerweile so viele Wege gibt, um in dieser Welt erfolgreich zu sein. Und das ganz ohne sich für irgendeinen Chef abrackern zu müssen, dem man eigentlich völlig egal ist. Die Welt ist mittlerweile so krass vernetzt und man kann sich überall Wissen aneignen. Und da heutzutage ja auch die wenigsten Arbeitnehmer noch ein Leben lang nur bei einer und derselben Firma bleiben, ist das ganze Berufsfeld viel mehr im Fluss und man hat dadurch viel mehr Möglichkeiten, zum Beispiel auch im Quereinstieg in einer Branche oder auch in einem Betrieb Fuß zu fassen. Natürlich ist ein Studium und Bildung immer noch richtig und wichtig, aber ich finde es gut, dass die kommenden Generationen von Eltern nicht mehr so versessen auf den einzig richtigen Weg zum Erfolg ist. So viele Kinder scheitern nämlich am Schulsystem, weil zum Beispiel ihre Talente einfach ganz woanders liegen. Und deshalb finde ich es toll, dass Eltern heute mehr und mehr versuchen, diese Talente ihrer Kinder herauszufinden und zu fördern, anstatt alle Kinder in ein und dasselbe System zu pressen, in dem dann der Großteil von ihnen irgendwann total frustriert in seinem Leben ist. Ich kann zum Beispiel jetzt schon bei meinen Jungs total unterschiedliche Veranlagungen erkennen. Levian ist der Entertainer von den beiden. Er performt super gern und hat sogar im Kindergarten schon einen eigenen kleinen Chorauftritt mit seiner Gruppe organisiert und aufgeführt. Joshua hat eine Begeisterung für Zahlen. Zum Einschlafen zählt er zum Beispiel regelmäßig, jetzt schon mal fünf Jahren, einfach mal so bis 200 und stellt uns den ganzen Tag irgendwelche Rechenaufgaben. Und deshalb werden wir als Eltern diese Veranlagungen in den nächsten Jahren jetzt ganz genau beobachten und dann versuchen, ihnen viele Wege aufzuzeigen, wie sie diese Talente später auch in der Berufswelt einsetzen könnten. Punkt Nummer vier schließt direkt ein bisschen an dieses Thema an. Geld verdienen macht glücklich. Für Boomer-Eltern war es großteils total normal, dass vor allem der Vater viel arbeitet und kaum etwas von seinen Kindern hat. Höchstens vielleicht mal am Wochenende, wenn dort nicht gerade Überstunden gemacht werden mussten. Denn schließlich will man sich ja ein Haus, ein neues Auto, tolle Urlaube und Co. leisten, die nächste Beförderung bekommen und natürlich auch so einen gewissen Status in der Firma erreichen. Heutzutage geht der Trend ganz stark in die andere Richtung, sodass viele Unternehmen sich schon über die fehlende Motivation der neuen Generationen und Auszubildenden beklagen. Viele wollen gern von zu Hause arbeiten oder sind auch nur mit einer 80%-Stelle zufrieden. Man ist also eher mit weniger Gehalt zufrieden, wenn man dafür mehr Zeit für Familie und Freizeit hat. Und irgendwo ist sogar verständlich, dass das Pendel mittlerweile vielleicht sogar ein bisschen zu stark zur anderen Seite schwingt. Viele meiner Schulfreunde hatten nämlich Eltern, die nie Zeit für sie hatten und die Arbeit über alles gestellt haben und dann trotzdem irgendwann total unglücklich waren. Wozu sich also für ein Unternehmen aufreiben, wenn alles andere dabei auf der Strecke bleibt. Und im schlimmsten Fall wird einem dann auch noch urplötzlich gekündigt und man merkt, wie austauschbar man eigentlich war, obwohl man doch selbst so viel investiert hat. Erst neulich habe ich einen Re gesehen, in dem das jemand super auf den Punkt gebracht hat und gesagt hat, niemand wird auf seinem Sterbebett darüber klagen, dass er zu wenig Überstunden gemacht hat. Wenn man aber seinen Partner oder seine Kinder vernachlässigt hat oder es in der Rente irgendwann feststellt, dass man keine Zeit mehr hat und dass man doch nicht alle Träume hätte ständig vor sich herschieben sollen, bereuen das viele am Ende ihres Lebens. Die neue Generation lernt also natürlich auch aus den Fehlern der eigenen Eltern und Großeltern. Wird sie dabei vielleicht auch manchmal übers Ziel hinausschlagen und auf dem Weg der Veränderung viele Fehler machen? Höchstwahrscheinlich. Aber keine Sorge, über diese werden uns spätestens unsere eigenen Enkel dann später aufklären. Ich weiß ja nicht, wie ihr aufgeklärt wurdet, aber für viele Boomer-Eltern ist es immer noch ein absolutes Tabu, über Themen wie Sexualität und Partnerschaft mit ihren Kindern zu sprechen. Man hat den Kindern lieber Geschichten vom Storch und von Bienchen und Blümchen erzählt, um sich vor diesem anscheinend sehr schwierigen Thema zu drücken. Meine Jungs wachsen ganz anders auf. Sie wissen zum Beispiel schon, was Tampons sind oder dass ich ne Menstruationstasse benutze. Natürlich nicht, weil ich ihnen das Thema aufzwinge, sondern weil ich einfach ganz offen ihre Fragen beantworte. Natürlich wollen sie wissen, warum Mama einmal im Monat solche Schmerzen hat, dass sie den ganzen Tag nur im Bett liegt. Also habe ich ihnen erklärt, dass Frauen einmal im Monat bluten und dieses Blut natürlich irgendwie aufgefangen werden muss. Natürlich wollten sie dann wissen, warum sie bluten und deshalb habe ich ihnen erklärt, dass die nicht gebrauchte Eizelle mit dem Blut aus dem Körper transportiert wird. Und schwuppdiwupp sind wir beim Thema, wie Babys entstehen. Wir saßen vor einiger Zeit mal bei Verwandten beim Frühstück und haben da so ein bisschen über meine Entbindungen gesprochen. Meine zwei Jungs und auch ihr etwas älterer Sohn waren anwesend, also bin ich natürlich nicht zu stark ins Detail gegangen. Aber selbst die kleinsten Informationen waren für diese Familie zu viel und wir fuhren dann, dass sie auch nie mit ihrem Sohn darüber gesprochen hatten, dass die Mama schwanger war und ein zweites Baby bekommen würde. Irgendwann war sie dann einfach im Krankenhaus und kam mit dem Baby zurück. Und deshalb war es für sie total ungewohnt und unpassend, in Gegenwart eines Grundschulkindes solche Themen zu besprechen. Für mich war das total krass, aber das darf natürlich jede Familie für sich selbst entscheiden. Aber ich finde es schon sehr schade, dass auch heute noch viele Männer sich vor der Periode ihrer Frau ekeln oder sich zum Beispiel schämen, Periodenprodukte aus dem nächsten Drogeriemarkt für sie zu besorgen. Meine Jungs gehen jetzt schon mit dem Thema so offen und unkompliziert um, dass ich mir bei ihnen überhaupt keine Sorgen mache, dass sie da später mal irgendwelche Probleme oder Scham bei dem Thema haben. Und ich bin froh, dass sie jetzt schon wissen, dass sie ihre Fragen auch bei Elvis und mir beantworten lassen können und dann nicht auf irgendwelche Geschichten von irgendwelchen Freunden angewiesen sind. Ich habe zum Beispiel erst neulich eine Doku darüber gesehen, dass in Amerika so viele Mädchen ungewollt schwanger werden, weil in den Schulen die Aufklärungsarbeit einfach unter aller Sau ist und in den meisten konservativen Familien auch einfach immer noch ein sehr großes Tabuthema ist. Und deshalb finde ich es einerseits sehr, sehr toll, dass die nächste Generation viel offener mit dem Thema umgeht. Ich muss aber auch gestehen, dass ich auch sehe, dass das Pendel da schon wieder so ein bisschen zu weit zur anderen Seite schwingt und Kinder jetzt manchmal sogar schon zu viel übersexualisiert im Kleinkindalter werden. Müssen Kita-Kinder zum Beispiel designierte Kuschelecken haben, in denen sie sich gegenseitig erkunden können? Muss man mit kleinen Kindern wirklich über Gender sprechen? Ich denke, auch da werden wir wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten wieder schlauer sein und wahrscheinlich auch so manches sehen, was da schiefgelaufen ist oder vielleicht übertrieben wurde. Aber genau deshalb ist es meiner Meinung nach so super wichtig, sich selbst und seine Kindheit zu reflektieren und Dinge, die für vergangene Generation vielleicht völlig normal waren, zu hinterfragen. Man muss aber natürlich auch nicht alles immer nur schlecht reden. Unsere Eltern haben sicher auch sehr viele sehr richtig gemacht. Erst diese Woche habe ich zum Beispiel mit einer Förderlehrerin darüber gesprochen, dass bei den Kennenlerngesprächen für die Einschulung und der Untersuchungen für die Schulreife in den letzten Jahren viele Abstriche gemacht werden mussten, weil Kinder heute zum Beispiel motorisch nicht mehr so fit sind wie früher und man viele Fähigkeiten wie zum Beispiel Seilspringen nicht mehr voraussetzen kann, sondern dass viel davon erst im ersten Schuljahr noch nachreifen muss. Ich denke also, dass niemandem geholfen ist und man versucht, sich komplett von der letzten Generation abzugrenzen und überhaupt nichts mehr sagen zu lassen. Ich glaube, wir könnten so viel mehr erreichen, wenn wir eher mit Offenheit in Gespräche und Diskussionen gehen und voneinander lernen, die alten Verletzungen aufarbeiten und auch von den Lebenserfahrungen anderer lernen wollen würden. Wollt ihr noch weitere Unterschiede zwischen der Erziehung von Millennials und Boomer-Eltern hören? Dann liked jetzt das Video und schreibt mir das unten in die Kommentare, denn eigentlich habe ich sogar mehr als 10 Punkte rausgearbeitet, aber das hätte das Video an dieser Stelle einfach komplett gesprengt. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann lasst uns unbedingt ein Abo da, damit ihr über die neuen Videos informiert werdet und bis dahin könnt ihr euch gerne mal hier auf dem Kanal umsehen und wir sehen uns dann einfach gleich in einem anderen Video von uns. Bis dahin, tschüss und bis bald!